Langsam! Langsam! Sitz! Ist gut. Guten Tag, Schüler! Der Hund hat gelernt, mit Ihnen keiner machen, was er will? Ja, ganz so wird es nicht sagen. Ich weiß, dass sich das nicht gut anhört. Nur das, was ich gesehen habe, das war so. Dass ich erst mal mit dem Mensch arbeite, das kommt später. Und dann werden die Augen geöffnet. Und dann wird auch was geändert. Kommandos, gerade bleiben, Sitz! So ist es fein. Es wird nicht geredet, es ist antanzlos, es ist keine Freude da. Und so ist auch der Hund. Was der Hund macht, ist, er macht das, was wir vorgeben. Da oben kommt ein Nein raus, aber der Rest vom Körper sagt, mach doch was willst. Und für Sie ist es wichtig, Regeln aufzustellen. Und das wird das schwierige andere Sache. Der Hund macht nur das, was Sie Ihnen signalisieren. Nicht wir, sondern Sie. Der Hund schaut nach oben. Und je höher er schaut, desto tiefer geht er mit dem... Ja? Ich bin mit meinen Hunden auch nicht perfekt. Ich muss auch jeden Tag arbeiten. Und so ist es auch gut. Ich will Spaß mit meinen Hunden haben. Ich bin erstaunt, wie schnell die Hunde das geschnallt haben, was wir von denen wollen. Und wie entspannt spazierengehen sein kann. Das sind solche Erfolge, die mich immer wieder an meinen Beruf erinnern, wo ich sage, ja, deswegen mache ich es. Genau, deswegen. Danke. Danke.